Mädels, stellt euch vor, es gibt ein neues Mädchen an unserer Schule. Das wissen wir. Sie hat unseren Platz besetzt. Nein, wir haben noch ein neues Mädchen. Wir haben sie heute gesehen. Was? Mist, noch ein Neuzugang an unserer Schule? Ich mag es nicht, wenn neue Mädchen kommen. Ich mag es, wenn neue Jungs kommen. Ja, es gibt nicht genug Jungs. Na, das sind ja mal Neuigkeiten. Sieht so aus, als würden wir uns heute kennenlernen. Pizza? Können wir bitte vier Limonaden und etwas Süßes haben? Danke. Okay, Mädels. Und macht euch keine Sorgen wegen der Neuen. Sie scheint normal zu sein. Ja, am ersten Tag sind alle normal. Mädchen, wisst ihr, dass wir ein neues Mädchen an der Schule haben? Ja, Timo, wir wissen es schon. Pizza hat es uns erzählt. Wie ist sie so, hä? Nicht schlecht, eigentlich recht normal. Normal? Die Hauptsache ist, dass sie nicht nur normal aussieht, sondern auch angemessen von ihrer Art ist. Nun, das ist unser Schulcafé. Hier wirst du alle kennenlernen. Leute, wir haben ein neues Mädchen an der Schule. Hallo zusammen, ich bin Cindy und ich bin neu an dieser Schule. Wow. Was wow? So ein Mist. Schon wieder eine Blonde. Das ist die vierte, die mich ankotzt. Diana, hast du was gesehen? Bin das etwa ich? Ja, ich bin schockiert. Sie ist auch blond und hat auch einen Bob. Ihr seht euch wirklich sehr ähnlich. Bunnies, könnt ihr singen? Wir wollen, dass ihr morgen singt, denn wir sind etwas heiser geworden. Außerdem sind wir die Gastgeber. Wir werden eine Menge zu tun haben. Nein, wir singen nicht. Es ist ein Wettbewerb. Ganz genau. Wir wollen Spaß haben und nicht die Teenager unterhalten. Geht und fragt die neuen Mädchen. Genau. Was wollt ihr hier? Ihr weigert euch, Bunnies, hä? Wir werden uns daran erinnern. Kommt nicht wieder zu uns. Lass uns gehen, Jenna. Wir fragen die Neulinge. Vielleicht wissen die ja, wie man singt. Und dann werden alle nicht von den Bunnies, sondern von den Neuen verblüfft sein. Kommt schon, Ratten. Mann, ich bin deprimiert, dass es diese Neuen an unserer Schule gibt. Ja, es wäre besser, wenn neue Jungs gekommen wären. Also, unser Neujahrswunsch ist, dass mehr Jungs in die Schule kommen. Sie werden kommen. Mädchen, sie werden kommen. Die Hauptsache ist, dass wir dran glauben. Setz dich hin, ich möchte dir etwas sagen. Sprich, kurz gesagt, denkst du nicht, dass ich eine Kopie von Diana bin und du eine Kopie von Knopper? Nun, ich sehe das schon. Was willst du damit sagen? Wir werden den Platz von Diana und Knopper einnehmen. Zu zweit ist es einfacher. Was hältst du davon? Denkst du, wir können ihren Platz einnehmen? So einfach geht das nicht. Ja, du denkst richtig. Wir sind eine Kopie von ihnen. Wir werden ihren Platz einnehmen und beste Freundinnen werden. Coole Idee. Lass es uns versuchen. Okay. High five. High five.